wenn ich jetzt nur so ganz leicht drankomme brennt das wie feuer wie sonnenbrand zu sehen ist nix aua und 9 hallo case sie unter dem telefon nach sein name ist janik ein broker der gilde er ist heute abend auf seiner jacht hat ein telefonat mit dem panteon wir hören mit ist der anruf erledigt erledigst du janik das wird das eigentliche ziel herauslocken aber eins nach dem anderen wo finde ich janik vom glockenturm der kirche aus hat man einen guten blick auf janiks jacht er schmeißt eine party während seine männer in der kirche das geld zählen was sollte ich über janik wissen janik handelt mit waffen und drogen frauen alles was geld bringt es heißt dass man will eine beziehung zur gilde aufbauen also testet janik das terrain er ist unser erster domino der spaß beginnt wenn wir den umwerfen und zugang auf mein eigentliches ziel erhalten johann saidi wo bist du ich dachte wir reden von far cry was meinst du bin bereit mal sehen was du drauf hast case auf zum glockenturm mir ist egal wie leise laut komm einfach hin tarnung halte dich versteckt und duck dich damit feinde dich nicht sehen können wenn du entdeckt wirst versteckt dich schnell wieder bis die lage sich beruhigt hat okay das heißt der war ordentlich zu schießen dreh den dietrich bis sich der stift anhebt halte ihn an der position bis er einrastet bla 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 das übliche hoffentlich kannst du schlösser knacken klar guten start definitiv was ist mit dir alter sobald wir janiks anruf mithören und eine spur zu pantheon für ätler haben erkläre ich die gilde zum frei bild die haben es verzehnt glück gehabt ich habe früher für sie gearbeitet als ich noch bei der gilde war habe ich janiks partys nie gemocht wo 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 Wow, wow, wow. Habe ich noch andere Waffen? Warte mal. Tja, wenn man das wüsste. Komm, ich nehme mal die mit. Ah ja, okay. Ich bin zum ersten Stock hinter deiner verschlossenen Türkei. Holla. Wir brauchen Verstärkung. Tod nutzt du mir nichts, Case. Warte, noch einer. Wir brauchen anllo Atem. Wir brauchen einen Körner, den wir hierher wollen. Wir brauchen einen Begriff. Wir brauchen den Locken und einen Begriff. Wir brauchen einen Begriff. Wir brauchen den Fallen. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Jaja, bin ja noch dabei, machen wir keinen Stress hier Lady. Wurfmesser. Wachen sind nah, beeil dich. Beeil mich, ja. Okay. Okay. Janik ist beim Schirm, Oberdeck links, von Mädels umgeben. Ich habe die Anzahlung erhalten, meine Männer erzählen sie noch. Es ist alles da. Nicht vergessen, dies ist eine einmalige Sache. Ich will nichts mit der CIA zu tun haben oder deinem Pantheon. Du lieferst die Hardware heute Abend. Verstanden? Das war aber anders vereinbart. Heute, Janik. Ich fordere mich nicht heraus. Also stehen Pantheon und CIA irgendwie in Verbindung. Aber genau zwischen die Augen, wie geil ist das denn? Ja sicher. Janik war nur der erste Dominostein. Wir haben heute noch mehr zu erledigen. Ah, der hat die abgeworfen. Das ist nix. Ich komme mit einem weißen Lieferwagen. Oh komm. Ja. Die Nachricht über Janik macht die Runde. Oh Gott. Wuiiii. Die Polizei ist gleich hier. Polizei. Oh. Wohin? Wohin? Ja. Vor allem schon. Du bist sicher, Case. Abfahrt. Genau. So. Hey! Mach leiser! Ja ehrlich. Zockst du auch so? Hehehe. Sie haben eine Krisensitzung im Chateau de la Haute Lune einberufen. Drei Gildenanführer werden da sein und die Wogen mit dem Pantheon glätten. Ich will mein Geld. Daher crashen wir diese Party. Wie ist eigentlich die Bildqualität an sich? Ich hab mal die Bitrate hochgeschraubt. Höher als angegeben bei Twitch. Die Tür wird das Restaurant abriegeln und sich dann im ersten Stock im Tresorraum treffen. Die Tür kann nur von innen entriegelt werden. Also weniger Pixel, weniger unscharf. Wir haben noch etwas Zeit. Gerade genug Zeit zu umziehen. Ich seh schon ne Streamqualität instabil. Da wirds nicht so gut sein. Passend für Gildensecurity. Ich hätte aber jetzt gern zugeguckt wie sie sich umzieht. Hier ist mein Halt. Geh zum Vorbereich des Tresorraums im ersten Stock. Ein Alarm wird ertönen. Das ist okay. Die Gilde kennt dich. Es ist am besten. Du ergibst dich und spielst mit. Wenn du drin bist, warte auf mein Zeichen. Okay. Die Gilde trifft sich gerade mit Pantheon. Geh rein und finde den Tresorraum. Alarm. Wie kann ich die Waffe denn wegstecken? Wie das so? Ne. F. Ne. A. Was war das denn? Ach scheiß drauf. Oh das war cool. Alle drei zusammen. Ich hab nie verknarren. Ich hab nie verknarren. Ich hab nie verknarren. Ähm. Ich hab nie verknarren. Ich hab nie verknarren. Wie kann das denn das, wenn du den Weg nehmen darfst? Ich hab auch noch eine Challenge. Ich hab nie verknarsen. Ich hab nie mit mir schon. Ich hab nie verknetet. Deine Dschluss. Ich hab nie mit der Zene. Luka! Der Tresorraum ist oben. Ja, ja, ich will nur gucken. Okay. Ja, stimmt, hat was von John Wick. Gebe ich dir recht. Geh es nicht, Granate? Gebe ich dir recht. Haltet ihn vom Tresorraum fern. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Alarm. Okay. Ein Maulwurf. Manche sind gleicher. Moin Dominik. Was geht? Hefe geht. Na, alles geht. Das ist ein Ex-Arbeitskollege. Komm, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Keine Munition. Gib mir irgendwas. Alle, womit hast du geschossen. Papierkugeln. Auch hier. Granaten. Jawoll. Geld. Panzerung. Schläger. Na ja. Immerhin. Noch mehr Panzerung. Warte, warte, warte. Oh, hier. Aha. Und aha. Hm. Ich nehme die. Komm. Ich baue dich. Okay. Hat er schon geworfen? Panzerung. Panzerung. Stör auf. Ah. Dann! Oh! Ah! Halt! Ah! 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 Shit mermener! Vermessene Sadie shootsen! oh nein falsche knopf ja jaja hi hi oh 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 runter Junge runter Junge nur der Helfer aus hier oh Schluss mit lustig die Limousine kommt die Straße runter Feuer oh ok ich glaub den hat zerwischt genau burn baby burn ja so bin ich halt ein Mann ein Wort könnte hoffentlich liegt er bei deren Waffe falsch vielleicht solltest du mir mal deinen Unterschlupf zeigen mit trug mit dem mit dem 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 Vielen Dank.